Musik Mein Name ist Simon Pfeffer. Ich bin hier verantwortlicher Oberbauleiter auf der Baustelle und führe hier das Team beim Neubau der Universität Witten. Heute sehen wir hier auf der Baustelle den Verbau von drei Sprengwerken. Die sind heute Morgen um 5 Uhr mit einem Schwertransport angeliefert worden und sind hauptsächlich dazu da, um kostengünstig und effektiv große Spannweiten zu überbrücken. Es dreht sich hier um eine jahrhundertaltere Konstruktion, die früher schon im Fachwerksbau bei Zimmerern beliebt und angewendet wurde. Hauptsächlich hier kommt die Konstruktion zum Einsatz, weil die Sprengwerke letztendlich große Stahlträger mit einer Dimension von einem Meter Höhe überbrücken und somit die Unterzugsstärke auf 24 Zentimeter reduziert worden konnte. Die Sprengwerke sind 15 Meter lang, 4 Meter hoch und wiegen circa viereinhalb Tonnen, das sich zusammensetzt aus drei Tonnen Holz und anderthalb Tonnen Stahl. Musik Amen.